Auf meine wundervolle Frau Daniela, ich habe dich nicht verdient. Da hat er recht. Ein Mann der Wissenschaft, verheiratet mit der Frau seiner Träume. Sie führen ein gutes Leben. Hab einen schönen Tag. Dein Kaffee. Oh, du bist mein Held. Bis er eines Abends nicht mehr nach Hause kommt. Als er wieder bei vollem Bewusstsein ist, hat sich alles verändert. Naja, würde ich sagen, er ist verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ähm, wer sind Sie? Ich wohne hier mit dir. Charlie, Daniela, haben Sie den beiden was angetan? Ich weiß nicht mehr, von wem du redest. Ich bin's, Jason. Du kennst mich. Ich hab sie noch nie bedient. Das ist nicht witzig. Jetzt sag mir, dass du weißt, wer ich bin. Ich hab sie noch nie gesehen. Weder hier noch sonst wo. Ich will einfach nur antworten. Du hast die Box gebaut. Hinter jeder dieser Türen ist eine Version deines Lebens, wie es hätte sein können. Jemand hat mich entführt. Aus meiner Welt. Und mich in diese gebracht. Was, wenn die Person, die mich entführt hat, ich bin. Hey, ihr zwei. Warum sollte er das tun? Was genau war es, was du hattest und er nicht? Er ist irgendwie anders. Und das macht mir Angst. Was soll ich denn jetzt tun? Ich brauche die Box, um nach Hause zu kommen. Die Welt, nach der du suchst, ist ein winziges Sandkorn an einem endlosen Strand. Ich muss wieder nach Hause zu meiner Familie. Ich will mein Leben zurück. Ich will mein Leben zurück. Hast du das Gefühl, du willst ein Kissen und Hüge? Mach es jetzt. Sag mir, Lola. Und ich kann nie wieder zurück. Und ich kann nie wieder zurück. Und ich kann nicht wieder zurück. Ich forschau viele denn. Untertitelung des ZDF, 2020